Bei mir ist es genau umgekehrt. Vor drei Jahren hatte ich wahrscheinlich eine 1, jetzt habe ich eine 4. Weil ich immer alles für mich... Ich mache immer alles deutsch, wisst ihr? Für mich alles Deutschland so. Ja, kennst du das und das in Frankreich? Ich so, was? Ja, warst du schon mal in Paris? Ist doch nicht in Frankreich, ist doch Deutschland. Hä? Weiß, weiß? Warst du schon mal in Polen? Ja! Mit der dritten Panzerstaffel! Ja. Hartz auf 1,4. Wie findest du Italien? Im deutschen Reiseatlas. Der war gut, ey. Komm, der war gut. Der war gut. Ich würde ja selber feiern, ey. Sonst keiner lacht scheiß drauf. Ich fand ihn gut. So. So. So.